KNF ist ein erfolgreiches, weltweit tätiges Familienunternehmen mit rund 800 Mitarbeitenden. Hier am Standort Sorsi entwickeln und produzieren 200 Mitarbeitende Flüssigkeitspumpen, die rund um die Welt benötigt werden. In der Medizin, Druckindustrie und vielen anderen verschiedenen Märkten werden unsere Pumpen eingesetzt. Hallo, ich bin Leon, bin im zweiten Lehrjahr als Konstrukteur bei der KNF Lodos. Hier stehen wir im Büro für die Forschung und Entwicklung. Kommen wir doch mit, ich zeige mich auf meinen Arbeitsplatz. Ich habe den Beruf Konstrukteur gewählt, weil mich die benötigte Kreativität im Zusammenhang mit der Technik begeistert. Das Arbeiten am Computer und das Entwickeln und Konstruieren von neuen Komponenten gefällt mir sehr gut. Nebst der Arbeit am PC in der Abteilung Konstruktion, habe ich im ersten Lehrjahr die externen Grundbildungen, viele Kurs- und Lernmodule besucht. Ich durfte in verschiedenen internen Abteilungen arbeiten. Das war sehr interessant und hat mir geholfen, unsere Produkte und die Firma besser kennenzulernen. Mittlerweile arbeite ich eng mit meinen Teamkollegen zusammen, um neue Produkte zu konstruieren und nehme auch bestehende Teileänderungen vor. Unter anderem erstelle ich komplexe Konstruktionszeichnungen, nach denen die Lieferanten unsere Komponenten herstellen. Dabei werde ich unterstützt vom modernen PC-Programm, den Mitarbeitern und meinen Berufsbildnern. Die Zusammenarbeit mit der anderen Abteilung ist sehr wichtig. Wir besprechen die Aufgaben und die Schwierigkeiten, um das beste Resultat für alle zu erzielen. Meine erzeugten 3D-Daten werden benutzt, um Fertungsmaschinen, Messroboter oder unsere neue 3D-Drucker zu programmieren. Von meinen Ideen und meiner Kreativität profitieren auch unsere Montagemitarbeiter, da ich oft auch Vorrichtungen und Montagehilfe konstruiere. Auch unsere Fachexperten greifen auf die 3D-Daten zu, die ich im CAD modelliere. Mit Hilfe von Simulationen überprüfen wir zusammen die Festigkeit, die Herstellbarkeit und andere Eigenschaften der Komponenten. Ich habe mich für KNF entschieden, weil ich hier ein neues Produkt von Anfang bis Fertigstellung begleiten kann. Und mir kann es ermöglicht, meine Lehre mit der Bruss-Motura zu absolvieren. Zudem ist hier mein Arbeitsplatz mit dem ÖV gut erreichbar. Jetzt hast du einen kleinen Einblick in meinen Bruss-Halltag als Konstruktor bekommen. Falls ich dich neugierig gemacht habe, bewirb dich doch bei uns. Wir freuen uns auf dich. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020